Guten Morgen miteinander und herzlich Willkommen zu meinem 57. Nervenzusammenbruch. Hey, du bist Lana, willkommen im Internet. Du machst am Eurovision Song Contest mit auf nationaler und internationaler Bühne zu Hause und jetzt bei uns im Studio. Hallo! Herzlich Willkommen, Lars Stoll. Die Geballtladung der weltpolitischen Situation. Hey, also wollen wir wieder mal psychodelische Drogen nehmen? Wir müssen jetzt auch ruhig bleiben, sonst weissen sie es irgendwo ein. Ich weiss. Ich weiss. Was? Ich weiss nicht. Ich weiss. Ich fahre. 50 Stocke. Über abflussend ein paar Sekunden des Stocke. Ich habe mein halbes Minipick. Das Lieb. Ich habe einen Zeller in Poole zwischen dem Wasser. Ziemlich ernüchternd. Musik Musik